Hallo, willkommen bei MedCast. Wir sind in der Neurologie heute und zwar bei den Demenzen. Ein Themenkomplex, der sehr wichtig ist in der Neurologie und auch in der Psychiatrie. Hierzu werden sehr häufig und gerne Fragen gestellt von Neurologen, vom Psychiater natürlich. Und hier ist es wichtig, dass man einmal die Demenzen in ihre vier großen Subgruppen unterteilen kann und eben auch ungefähr weiß, worin bestehen die Unterschiede, was ist charakteristisch. Und das wollen wir in diesem Podcast ein bisschen näher besprechen. Wir haben einmal die Einteilung in kortikale Demenzen, vaskuläre Demenzen, sekundäre Demenzform und die frontotemporale Demenz. Und anfangen wir mit den kortikalen Demenzen. Hier ist der prominenteste Vertreter sicherlich die Alzheimer-Demenz, die häufigste aller Demenzformen mit rund zwei Dritteln aller Fälle. Üblicherweise sind die Patienten älter als 65 Jahre und wir haben mehr weibliche als männliche Betroffene. Klassischerweise ist es so, dass bei Patienten mit einer Alzheimer-Demenz die Symptome so imponieren, dass wir Hirnwerkzeugstörungen haben. Das heißt, es kommt zu Aphasin, zu Apraxin, einer Desorientierung, natürlich zu Gedächtnisstörungen. Auch die räumliche Orientierung ist häufig gestört. Die Patienten sind verwirrt. Und was ein typisches Merkmal ist, gewisserweise fast ein Alleinstellungsmerkmal für die Alzheimer-Demenz und deswegen auch gut differenzialdiagnostisch gegenüber anderen Demenzformen sie abgrenzbar macht. Das ist die Tendenz zu bagatellisieren. Das heißt, die Patienten, wenn sie angesprochen werden auf ihre Verfehlungen, auf ihre Vergesslichkeit, dann stellen sie das häufig so dar, als wäre das alles gar nicht so schlimm. Ein typisches Beispiel, dass eine Tochter mit ihrer an Demenz erkrankten Mutter eben zum Arzt kommt und mir dann beschreibt, dass die ältere Mutter eben vieles vergisst und möglicherweise auch klassischerweise den Schlüssel in den Kühlschrank legt oder die Tomate sich dann im Schuhschrank wiederfindet oder eben die Orientierung gestört ist. Und dann seitens der Patientin das Ganze ja so bagatellisiert wird, die Tochter würde übertreiben, das wäre alles gar nicht so schlimm und jeder würde ja mal etwas vergessen. Das ist ganz typisch bei den Patienten. Wir haben eine gute Fassade, sehr häufig nach euren fortgeschrittenen Stadien. Das heißt, die Patienten schaffen das irgendwie noch relativ normal zu wirken, wenn sie das möchten. Ändert nichts daran, dass die Erkrankung chronisch progredierend fortschreitet. Die Läsionen finden sich vorwiegend temporal. Das kann man in der MRT sehr gut nachverfolgen. Also es kommt zu Atrophien des Gehirngewebes. Üblicherweise nimmt die Hirndichte ab. Man kann verstärkt die Zeichnung der Gyri und Sulki sehen. Dann gibt es pathologisch die Auffälligkeiten im sogenannten Präsinilin-Gen. Genau sind es zwei Präsinilin-Gen 1 und 2. Hier liegt auch das sogenannte Amyloid-Precursor-Gen, APP, was letztendlich dann gestört ist, weil die Aktivität des Enzyms Beta-Sekretase gestört ist und die Amyloid-Plugs nicht adäquat zerschnitten werden können und deswegen in den Zellen akkumulieren. Eine Veranlagung für die Alzheimer-Demenz besteht auch beim sogenannten APO-E4-Allel. Was finden wir weiterhin? Ganz typisch natürlich die extrazellulären Amyloid-Plugs aufgrund eben der Defekte der Beta-Sekretase unter anderem. Die kann man sehr gut in der Fluorodesoxyglucose PET nachweisen. Also wir haben einen Positron-Emissionstomografen-Scan mit Fluorodesoxyglucose. Und da kann man diese extrazellulären Amyloid-Ablagerungen sehr gut nachweisen. Intraneuronale Tau-Proteine, neurofibrilläre Veränderungen und bei den Nervenkernen ist vor allem der sogenannte Nucleus basalis minat von einer Degeneration betroffen. Diagnostisch kann man die Alzheimer-Krankheit mit dem Minimal-Mental-Status MMST erheben. Ein sehr gutes Früherkennungsmerkmal ist der Uhrzeigertest, wo dem Patienten ein Blatt vorgelegt wird. Und es soll ein klassisches Ziffernblatt eingetragen werden mit beispielsweise der Uhrzeit 13.30 Uhr. Die zweite Gruppe der Cortical-Demenzen sind die Lewy-Körperchen-Demenzen. Hier haben wir eine Vergesellschaftung, sehr häufig mit der Parkinson-Erkrankung, also mit dem Morbus Parkinson. Es tritt gemischt Cortical und Subcortical auf. Hier dominiert symptomatisch vor allem eine Antriebsstörung und eine räumliche Orientierungsstörung, häufig gepaart mit optischen Halluzinationen. Die Patienten haben eben sehr häufig auch sehr lebhafte, intensive Träume und eben Halluzinationen, ähnlich wie man das unter bewusstseinserweiternden Substanzen auch haben kann. Hier kommt es, anders als bei der Alzheimer-Demenz, zu Aggregaten von Alpha-Synuklein, wie auch bei Morbus Parkinson. In der FDG-PET-Scan kann man Occipital einen deutlichen Mindermetabolismus. Kommen wir nach den Corticalen zur nächsten Gruppe der Demenzen, den vaskulären Demenzen. Die vaskulären Demenzen kennzeichnen sich vor allem durch schubförmige Verläufe, teilweise mit Plateauphasen. Sie sind überwiegend subkortikal lokalisiert und weisen diffuse Atrophien auf. Eine vaskuläre Demenz ist der Morbus Binswanger, auch bezeichnet als sogenannte SAE, die Subkortikal-Atherosklerotische Enzephalopathie. Hier sind auch Fokale-Symptome möglich, ähnlich wie bei einem Apoplex. Aufgrund ihrer diffusen Symptomatik sind die Patienten nicht so gut in der Lage, wie eine Morbus-Alzheimer-Demenz es ermöglicht, eine Fassade aufrechtzuerhalten. Das heißt, die Fassade ist schlecht. Die Patienten werden symptomatisch und weisen häufig auch Pyramidenbahnzeichen wie einen positiven Babinski-Reflex auf. Bei den sekundären Demenzformen müssen wir unterteilen zwischen endokrin-metabolischen Pseudodemenzen, entzündlich-infektiös bedingten und einem Normaldruck-Hydrocephalus. Endokrine oder metabolische Ursachen können sein, zum Beispiel eine hepatische Enzephalopathie, wo es zu einem verstärkten Anfall von Ammoniak kommt, der toxisch auf Nervenzellen sich auswirkt. Eine Hypothyreose kann ebenfalls eine sekundäre Demenz auslösen. Ein Morbus-Wilson, also eine verstärkte Kupferspeicherung, ist ebenfalls toxisch auf Nervenzellen. Natürlich chronischer Alkohol-Abusus. Und in der Folge einen Vitamin-B1-Mangel, also einen Thiamin-Mangel, der zu einer Wernicke-Enzephalopathie und nachfolgend zum Korsakoff-Syndrom führt. Die Pseudodemenz tritt häufig bei depressiven Episoden auf und zeigt ausgesprochene Aggravierungstendenzen. Man spricht vom sogenannten Ganser-Syndrom. Die Patienten sind häufig desorientiert und weisen groteske Fehlhandlungen auf, und zwar systematisch. Das heißt, man gibt dem Patienten eine Anweisung, ziehen Sie sich Ihren Pullover bitte aus und es wird stattdessen die Jacke angezogen oder berechnen Sie 2 plus 2 und es wird dann bewusst das Ergebnis von 2 minus 2 ausgegeben. Das sind Pseudodemenzen, die im Rahmen von depressiven Erkrankungen auftreten. Entzündlich-infektiös. Hier haben wir Multiple Sklerose, HIV-Infektionen, eine Neurosyphilis, auch eine Neuroborreliose oder eine Herd- bis Enzephalitis und natürlich die Kreuzfeld-Jakob-Erkrankung, wo es zur Ablagerung von Prionen kommt. Auch hier haben wir sekundäre Demenzformen. Und schlussendlich den Normaldruck-Hydrocephalus. Hier haben wir eine Trias aus Demenz, einer subkortikalen Demenz, Gangstörungen und Harninkontinenz. Wichtig und auch gerne geprüfte Trias, Demenz, Gangstörung und Harninkontinenz beim Normaldruck-Hydrocephalus. Das Ganze ist diagnostisch relativ leicht zu ermitteln anhand des sogenannten TAP-Tests. Das ist ein Liquor-Ablassversuch von 30 bis 50 ml Liquor. Hierdurch kommt es zu einer deutlichen Besserung der Symptomatik. Therapeutisch ist dauerhaft ein VP-Schand, Mittel der Wahl. Kommen wir nun zum letzten Block, den frontotemporalen Demenzen. Hier ist vor allem der Morbus-Pick als Erkrankung zu nennen. Pathologisch finden sich Tau-Ablagerungen und ballonierte aufgeblasene Neurone. Man spricht hier auch von Pick-ballonierten Neuronen. Der Morbus-Pick ist häufig familiär bedingt und die Patienten sind etwas jünger als zum Beispiel im Vergleich der Alzheimer-Demenz. Bei Morbus-Pick üblicherweise zwischen 50 und 60 Jahren. Bei Morbus-Alzheimer beginnt in der Regel das Erkrankungsalter ab 65 bis 70. Es kommt beim Morbus-Pick oder bei frontotemporalen Demenzformen charakteristischerweise zu Verhaltens- und Wesensänderungen in Form von Enthemmung und Taktlosigkeit. Das bedeutet, die Patienten sind sozial häufig nicht mehr kommunikationsfähig, nicht mehr sozial integrierfähig in die Gesellschaft, weil sie sich nicht adäquat und angemessen verhalten können. Nicht selten tritt auch der Morbus-Pick, die frontotemporale Demenz, in Kombination mit einer ALS auf. Man spricht dann vom ALS-Demenzkomplex. In der MRT finden sich typischerweise frontotemporale Atrophien. Fassen wir noch einmal kurz im Überblick zusammen. Wir haben die Cortical-Demenzformen. Hierzu zählt klassischerweise der Morbus-Alzheimer, die häufigste aller Demenzformen mit rund 60 bis 65 Prozent. Wir haben die Lewy-Körperchen-Demenz, die häufig mit einem Morbus-Parkinson vergesellschaftet ist. Wir haben die Gruppe der vaskulären Demenzen, die eher schubförmig verlaufen. Hier haben wir diffusere Atrophien und den Morbus-Binswanger, die subkortikal-arteriosklerotische Enzephalopathie als typische Krankheit. Die zahlreichen sekundären Demenzformen, die endokrin- oder metabolisch bedingt sein können. Die Pseudodemenzen bei depressiven Episoden mit teils grotesken Fehlhandlungen als ganzer Syndrom bezeichnet. Die entzündlich oder infektiös bedingten Demenzen und den Normaldrück-Hydrocephalus, bei dem es ebenfalls zu einer Demenz kommt, in Kombination mit Gangstörungen und einer Harninkontinenz. Und abschließend die Gruppe der frontotemporalen Demenzen, hier ist vor allem der Morbus-Pick, mit den Pick-ballonierten Neuronen zu nennen, der sich in Form von Verhaltens- und Wesensänderungen manifestiert und nicht selten mit einer amyotrophen Lateralsklerose der ALS als ALS-Demenzkomplex gemeinsam auftritt. Damit haben wir einen Überblick über die wichtigsten Demenzen in der Neurologie und Psychiatrie erworben. Ich hoffe, das kann soweit nachvollzogen werden und dient so ein bisschen als Einstieg oder auch als Wiederholung der schon bearbeiteten Themen. Und ich freue mich aufs nächste Mal, sage immer vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017